Das lebenslange Lernen ist mit Musik absolut kein Problem. Mit Rock'n'Roll geht's für viele Themen ganz bequem. Denn die Musik, die du magst, schmeichelt sich ein und nimmt den Text mit ganz von allein. Das gilt jetzt für das hochaktuelle Thema der Technologien, wie auch schon vorher gezeigt bei der Mathematik. Und jetzt geht's los mit einem Ausschnitt aus unserem Technologiesong Rock'n'Roll Technologies. Rock'n'Roll Technologies, diese Kraft macht renovativ. Techno-Tech-Technologien, gut für uns und viele Industrien. Zur Technologik-Führerschaft, viel Kompetenz ist angebracht. Kulturell und interdisziplinär, international und vieles mehr. Also haltet unsere Spitzenkräfte, ladet ein, auch weltweit andere Talente. Auch wichtig ist die Kooperation, bekannt als offene Innovation. Das Buch gibt's in jeder Buchhandlung oder direkt beim Verlag Barbara Budrich, wie auch bei Amazon. Oder auf unserer Website www.learnwithmusic.net Alles zusammengeschrieben www.learnwithmusic.net ranwithmusic.net An shares! Untertitelung des ZDF, 2020